So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eine Infofolge zum Community Day. Aber nicht dem nächsten, der ansteht, denn der nächste ist ja Lichtl. Sondern zum Community Day Classic. Ich war gestern mit dem Marius, also mit dem Crazy-O, a.k.a. Tsai, auf der goldenen Meile. Jetzt habe ich gestern gesehen, ich verpasse schon wieder alles. Denn nicht nur der Community Day, wurde angekündigt, auch das Lichtfestival 2022. Dazu wird es aber ein extra Video geben. Ich möchte kurz den Community Day Classic jetzt hier abfrühstücken. Classic heißt, es ist eigentlich ein Pokémon, was schon mal da war und halt nochmal wiedergebracht wird. Also viele haben gesagt, vielleicht ist es auch das und das. Aber haben immer neue Vorschläge gemacht, dann wäre es ja an sich kein Classic. Classic müsste also ein Pokémon beinhalten, was schon mal einen C-Day hatte. Wir haben das Ganze schon mal mit dieser Samen gehabt, glaube ich. Und viele dachten, Shiggy käme vielleicht auch noch als Classic-Variante wieder. Es ist aber Dratini. Das kommt unerwartet, muss ich sagen. Wird sicherlich aber viele Leute freuen. Weil es ist ein cooles Pokémon. Bonbons sammeln geht ja immer. Das Shiny sieht richtig genial aus, zumindest von dem kleinen Wurm. Und der Bonus wird vielen auch schmecken. Es gibt nämlich dreifach Sternenstaub. Fakten dazu. Community Day Classic im November, Dratini. Samstag, 5. November. Wieder 14 bis 17 Uhr. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was euch eigentlich besser gefällt. Ob Samstag oder Sonntag. Ich fand es eigentlich... Sonntag immer gut. Da haben mehr Leute Zeit, sage ich mal. Und ich fand es auch immer gut, so von 11 bis 14 Uhr. Ja. Damit man dann eben den restlichen Tag noch Zeit hat für andere Dinge. So habe ich immer dieses Gefühl, ich muss den ganzen Tag warten, bis das endlich losgeht. Und wenn es dann aus ist, ist der Tag schon gelaufen. Gefällt mir jetzt nicht so, aber es gibt auch viele Freunde von diesem Konzept. 14 bis 17 Uhr. 5. November. 14 bis 17 Uhr. Besonderes Pokémon Dratini, was natürlich auch dann Shiny sein kann. Weil es ja sowieso schon als Shiny gibt. Exklusive Attacke Dragoran. Was Draco Meteor bekommt. Habe ich auch nie verstanden. Gefühlt ist Dratini eins der Pokémon, die ich nie während des Seedays entwickelt habe. Sondern erst danach. Mir war Draco Meteor nie wichtig. Ich habe das immer danach entwickelt. Habe den Wutanfall gegeben. Damals. Das war für mich für Raids sinnvoller, besser. Ich weiß nicht, ob es jetzt für GBL eine große Rolle spielt. Viele Leute nehmen ja Dragoran. Aber ich glaube, da wollen sie auch andere attacken. Also die Seeday-Attacke in meinen Augen nicht wichtig. Braucht man nicht unbedingt. Da könnt ihr aber auch mal eure eigene Meinung dazu schreiben. Es wird wieder eine Spezialforschung geben. Für einen Euro sozusagen könnt ihr euch die holen. Mal gucken, ob mir die wieder jemand schenkt. Mal gucken, ob ihr die euch holt. Ich würde sie mir auf jeden Fall holen. Weil schon alleine die Items, die man da bekommt, sind mehr wert als diese eine Euro, den man dafür aufbringt. Restlich Event-Boni. Dreifacher Fangstaub, haben wir schon gesagt. Drei Stunden Lockmodule, drei Stunden Rauch. Macht während des Community Days ein paar Schnappschüsse. Eine Überraschung könnte euch erwarten. Das ist das, was ich immer vergesse, die Schnappschüsse zu machen. Ansonsten, also nicht viel. Es geht eigentlich nur um den dreifachen Staub. Und das waren auch schon die ganzen News. Ich finde es also cool, dieses Konzept, ein altes Pokémon wiederzubringen. Lavitar wäre sicherlich auch noch ein genialer Kandidat dafür, für XL zu sammeln. Für Bonbons zu sammeln, alles mögliche. Was wäre euer Wunsch für einen Community Day Classic? Welches Pokémon von den bisherigen, die einen C-Day hatten, würdet ihr gerne im C-Day Classic nochmal erleben? Und wie ist eure Meinung zu Trattini? Schreibt es mal in die Kommentare. Und das war entweder der Tsai oder die Pos. Ich glaube, der Tsai ist so schnell nicht wieder zurück. Es war bestimmt die Post. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise gleich im Lichtfestival-Video. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses.